Hallo, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir fühlen uns ausgeruht, so kann die Folge doch losgehen hier schön am warmen Kessel. Ach, ist das gemütlich. Ich habe nochmal ein bisschen weiter gespielt. Und zwar war ich ganz schön doof. Ich hatte ja hier die ganzen Steinplatten schon hingelegt. Aber wir hatten natürlich hier dazwischen noch dieses Ding, wo unser Zaun drauf war. Und das Ding ist natürlich auch nicht so breit wie eine Steinplatte. Deswegen hat das am Ende alles nicht hingehauen. Drum musste ich das nochmal alles abreißen, die ganzen Steinplatten und die alle wieder versetzen. Weil wir hätten natürlich zuerst das hier wegmachen müssen, weil es halt nur die Hälfte der Breite hat. Oder ja, Hälfte, Dreiviertel, irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall habe ich den Zaun hier weggerissen. Ich habe die Platten nochmal ein bisschen neu gesetzt. Es sieht auf jeden Fall mittlerweile schon ziemlich, ziemlich geil aus. Ich werde es bestimmt auch heute nochmal schaffen, außerhalb des Videos hier ein bisschen weiterzumachen und mal gucken. Vielleicht haben wir es dann irgendwann, dass wir hier so den Bereich, den wir freigeschaufelt haben, endlich mit Steinplatten belegt sind. Dann können wir den Zaun nochmal neu drum herumziehen. Und dann haben wir ordentlich Platz für ein geiles Häuschen. Ich freue mich sehr. Ja, ansonsten habe ich nicht so viel gemacht. Ein paar Hirsche erledigt, ein paar Nixen, alles was einem so entgegenkam. Ein paar Karotten geerntet und wieder neue gesät. Alles was so dazugehört. Wir müssen, weil wir hatten ja die letzte Folge noch so im Sumpf beendet, also in der Krypte. Ich bin jetzt nur ganz schnell wieder zurückgerannt. Ich habe das Eisen noch nicht geholt. Das machen wir jetzt nämlich erstmal direkt. Ich mache nochmal ganz kurz noch das Inventar leer. So, und zwar holen wir jetzt das Eisen. Wie sieht es denn aus? 66 Kilo. Hm, wir müssen mal gucken. Weil wir hatten das Eisen ja glaube ich in der Krypte gelassen, richtig? Richtig. Deswegen habe ich mir die nämlich auch markiert. Natürlich mit einem Portal-Symbol. Wie sollte es anders sein? Ja, ich muss mich da mal ein bisschen mehr dran halten, das alles etwas ordentlicher zu machen. Warum werde ich denn hier nass? Verstehe ich nicht. Naja. Lasst uns mal schnell zurück teleportieren. Ein paar Eisen hatte ich schon in die Truhe gepackt, die direkt an unserem Portal steht. Und dann holen wir das restliche Eisen noch zurück. Dann können wir unsere Rüstung definitiv wieder ein bisschen verbessern. Ach du Scheißschlundi. Stirb. Nein, nicht spucken, nicht spucken, nicht spucken. Ein Glück. So, gib mir mal Blutsack. Dankeschön. So, ich glaube 17 oder so waren hier drin, genau. 17, die bringen wir jetzt erstmal direkt zurück. Dann können wir auch die Rüstung... Wollen wir sie gleich verbessern oder wollen wir erstmal warten, bis wir alles haben? Wenn, dann machen wir alles. Obwohl. Ne, wir machen das gleich. Weil alles mit einmal geht eh wieder nicht, weil dann sind wir überladen und dann sind wir hier wieder ganz, ganz langsam unterwegs. Das muss einfach nicht sein. Ach so, ne, können wir eh nicht, weil wir müssen es ja noch schmelzen. Manchmal bin ich nicht der Hellste. Kohle ist zumindest voll, das ist schon mal gut. Gut, wir haben ja auch noch eine ganze Menge Kohle. Haben wir jetzt alles? Ja. Eine ganze Menge Kohle hier in der Kiste, beziehungsweise in der Kiste da hinten. Jetzt haben wir natürlich nur 60 Leben. Damit würde ich ungern durch die Sümpfe laufen. Honig geht eh gerade leer. Dann lasst uns hier mal noch ganz schnell ein paar Würstchen schnappen. Zack. Dann hauen wir die nämlich schnell rein. Dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Leben. Ausgerutschen war auch, das passt. Dann lasst uns jetzt schnell noch das restliche Eisen holen. Dann können wir unsere Rüstung endlich upgraden. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir uns nochmal ins Gebirge trauen. Oder ob wir noch mehr Eisen sammeln. Ich weiß es nicht. Also ich glaube unsere Rüstung, also 10 Stück kostet es pro. Ich hatte mal geguckt, die haben wir ja schon auf der 3. Das heißt, wir brauchen nur noch die beiden Teile. Und 20 Eisen haben wir definitiv zusammen. Höher können wir eh noch nicht upgraden. Aus dem einfachen Grund, dass unsere Schmiede noch nicht besser ist. Also noch nicht auf der Stufe 4 dann. Oder 5, ich glaube 4. Also müssen wir da eh erstmal noch verbessern. Aber dann hätten wir zumindest alle Rüstungsteile auf der 3. Und ich sag mal, mit einer guten Kombination aus Lebensmitteln würde ich mich dann auch mal wieder ins Gebirge trauen. Beziehungsweise wir brauchen halt auch eigentlich noch die Eisenspitzhacke. Ansonsten ja, lasst uns noch schnell das Eisen zusammensuchen. Dass wir die haben, damit wir auch das Diamant im Gebirge abbauen können. Ey, was bringt uns das, wenn wir jetzt wieder ins Gebirge rennen? Klar, wir können ein paar Golems, Wölfe, Drachen töten. Aber effektiv gibt es da ja halt eine neue Ressource, die wir brauchen. Also ich denke mal, dass wir sie brauchen, dass wir das auch, dass man dann Diamantrüstung oder so machen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, weil, ich hatte es ja in der letzten Folge schon mal erwähnt, man leider zu Diamant im Internet nicht wirklich etwas findet. So, die Truhe war hier. 17 Stück haben wir. Wir können noch ein bisschen was einstecken. Dann können wir hier nochmal drauf rumklopfen. Ich glaube 20 Eisen kostet jetzt nochmal die neue Spitzhacke. Wir hatten jetzt, hier waren 20 drin, 17 hatten wir schon. Ne, hier war nicht ganz 20 drin. Dann sagen wir mal grob mit dem Haufen, den wir hier abbauen, haben wir 37. Das heißt, 20 brauchen wir für die Rüstung und 20 brauchen wir für die Hacke. Das heißt effektiv, legen wir das eigentlich noch zusammen. Ich weiß bloß nicht, ob wir es komplett tragen können. Ansonsten müssen wir halt noch irgendwas wegschmeißen. Dann hätten wir das gleich mit einem Rutsch erledigt. Das wäre natürlich ideal. So, wie sieht es denn aus? Wir haben jetzt 20 mit den 17, 37. Also drei Stück noch. Kriege ich das Ding hier irgendwie? Gab nur ein Knochen. Alles Gewicht, was wir nicht brauchen. Hier ist nichts weiter. Ich glaube, wir hatten hier noch irgendwo ein bisschen Schrott. Wäre zumindest echt cool, wenn wir nicht direkt in eine neue Krypte müssten. Hier können wir bloß durchtauchen, aber da kommt wieder am Ende nichts, ne? Richtig. Ah, ich glaube die Krypte ist leer. Verdammt. Wir gucken nochmal vorne. Ich glaube, hier waren wir überall. Ist auch kein Schrotthaufen mehr. Schade, dann müssen wir doch nochmal in eine neue. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch irgendwo Resteisen hatten. Irgendwie schwirrt mir die Zahl 2 so ein bisschen im Kopf. Das wäre natürlich echt ärgerlich. Wenn es jetzt in einem Eisen hapert. Ich weiß nicht, wollen wir gleich hier nochmal in die Krypte oder wollen wir zurück? Ach komm, wir machen schnell zurück. Wir sind eh schon relativ voll. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ein so ein Eisen wiegt. 10 Kilo. Das heißt, drei würden wir eh nicht mehr wegkriegen. Nur noch zwei. Seitdem wir werfen noch was weg. Ah ja. So weit ist es ja nicht. Wir können uns ja zum Glück teleportieren. Hört doch schon wieder irgendwelche Schlundis. Und eventuell haben wir ja Glück, wenn wir noch drei Eisen irgendwo verstaut haben. Das wäre cool. Dann hätten wir die Rüstung komplett auf der 3. Wir hätten eine Eisenspitzhacke. Und könnten uns dann wirklich mal ins Gebirge trauen. In der Hoffnung nicht wieder zu sterben. So, hier war alles leer jetzt. Genau. Das Holz nehmen wir noch mit, wenn wir einmal hier sind. Ach, ich freue mich drauf. Also das haben wir echt schnell hingekriegt. Also, naja, was heißt schnell? Es hat ein paar Folgen gedauert aufgrund des Todes in den Ebenen. Aber ansonsten generell mit dem Eisensammeln und das Hochleveln. Es ging trotzdem schon relativ flott. So, es ist voll. Vielen Dank für den Hinweis. 16 Stück hat es schon wieder zusammen geschmolzen. Perfekt. Dann gucken wir mal. Ein Eisen. Verdammt. Ah ja. Was soll's. So, lasst uns mal ganz schnell noch den Spaß hier leer machen. Ach so, und ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ich glaube nicht. Der nächste Boss ist ja ein Drachen. Und um den zu beschwören, brauchen wir Dracheneier. So, ich hab bloß noch, ja gut, das können wir gleich vorne reinwerfen. Ja, um den zu beschwören, brauchen wir Dracheneier. Jetzt ist das Problem an der ganzen Geschichte, dass ein so ein Drachenei 200 Kilo wiegt. Das heißt, wir kriegen das definitiv nicht transportiert. Es gibt aber, was mich extrem gefreut hat, beim dunklen Händler, Schwarzhändler, wie auch immer, ich glaube dunkler Händler, gibt es einen Gürtel, den man kaufen kann, wodurch sich, ja hier die Zahl halt, das maximale Gewicht, was wir tragen können, erhöht. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber ich glaube, dass es dann ausreichen sollte, um die Eier zu transportieren. Das heißt, wir müssten ja auf 600 kommen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hatte 500 gelesen, aber da kann ich mich nach der Folge oder nach der nächsten... Boah, hier fliegt gerade irgendwas ganz, ganz tief durch mein Dorf. Ich hoffe, man hört es nicht so dolle in der Aufnahme. Ja, also, ich glaube, ich habe gelesen, dass es 500 sind. Ich habe aber auch, glaube ich, gelesen, dass es möglich sein soll, mit dem Gürtel dann alle drei Eier zu tragen. Ansonsten wird das natürlich Mist. Dann müssten wir immer wieder Truhen bauen. Die sollen wo auch teilweise, die liegen sehr, sehr unterschiedlich und man kann wo auch viel Pech haben, dass die ganz, ganz weit entfernt liegen. Dann müsste man die halt irgendwie alle dann in der Truhe lagern und dann immer Stück für Stück weiter zum Boss tragen. Ich meine, wenn wir den dunklen Händler nicht finden in nächster Zeit, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Aber ich finde dafür, dass wir hier schon bei Folge 100 und ich weiß gar nicht, 2 sind. Ich glaube, 102. Sollten wir den Typen auch endlich mal finden, oder? Wie gesagt, ich hätte ganz gerne diese Kopflampe, dass wir im Dunkeln was sehen. Der Gürtel, ach, das wäre alles so geil. Das ist natürlich auch die Frage, ob wir genügend Münzen dafür haben. Ich will halt auch bloß mit euch jetzt nicht 10 Folgen lang hier einfach wild durch die Gegend herumschwirren. In der Hoffnung, wir finden den irgendwann mal. Keine Ahnung, am Ende ist der hier. Man weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das Spiel das irgendwie so managt, dass der zumindest in Reichweite des Spawnpunktes ist. Oder in, ja, erreichbarer Weite, sagen wir es mal so. Gut, wir haben das jetzt. Lass uns nochmal schauen. Wir haben hier bloß noch das Zeug drin. Wir haben jetzt 19 Eisen. Wir brauchen unbedingt noch Kohle. Zum Glück haben wir davon genug. Dann machen wir uns jetzt nochmal ganz schnell zurück. In eine andere Krypte holen wir noch das restliche Eisen, was wir brauchen. Das einmal alles voll. 13 Stück haben wir immer noch einstecken. Gut, dann holen wir das restliche, dann können wir alles upgraden. Machen wir uns die Eisenspitzhacke und dann machen wir uns erstmal ins Gebirge auf. Bauen wir mal das Diamant ab und gucken mal, ob wir irgendwas mit anstellen können. Und kämpfen uns da generell ein bisschen durch. Vielleicht finden wir ja auch schon den Stein, der uns den Spawnpunkt auf der Karte markiert. Vielleicht auch schon mal ein erstes Drachenei. Ich weiß nicht genau, ich glaube in Nestern sind die. Also macht natürlich Sinn, ist ja ein Ei. Also müssen wir irgendwie rumschauen, wo die Drachen rumfliegen und dann hoffen, dass dort irgendwo ein Nest versteckt ist, was wir ausrauben können. Nicht hier drin hängenbleiben bitte. So, wir können mal noch eine Himbeere nachhauen. Dann, lasst mal schauen. Die Krypte hier hinten. War das die, die wir jetzt hatten? Ja, ne? Die war weiter hinten. Müssen wir mal schauen. Aber hier gibt's ja genug. Die da war's. Gucken, ob da hinten irgendwo was kommt. Da ist aber auch wieder diese Feuergeschichte. Wir haben gerade nur 100 Leben in der Kombination. Möchte ich mich eigentlich ungern rantrauen. Sehr, sehr ungern. Ach ja, und wegen dem Droga Reißzahn, diesen geilen Bogen, den es noch gibt. Da müssen wir uns definitiv demnächst auch noch drum kümmern. Irgendwie ist hier überall Feuer. Gebt mir doch mal eine Krypte. Ich glaube, da hinten leuchtet's grün. Und da ist auch das Feuer. Ich glaube, es hat uns noch nicht gesehen. Es schreit nur blöd rum. Schleimmasse. Die Schleimmasse hat uns gesehen. Komm mal her, Schleimmasse. Ja, natürlich direkt noch ein Droga. Hätte ganz gerne erstmal den erledigt. Ja, der vergiftet uns bestimmt gleich. Ja, das war klar. Ah Gott. Ich hoffe mal, wie lange hält das Gift an? 18 Sekunden. Was zieht's ab? Drei. Vier zieht's ab. Oh, 13 Sekunden. Das wird knapp. Naja, wir kriegen wieder Heal. Komm, schnell rein hier. Ich hör doch schon wieder irgendwas. Mist, ich dachte, das Gift hört vielleicht auf, wenn wir in so eine Krypte reingehen durch den Ladebildschirm. Ah, das ist echt... Nein. Noch nicht hier, bitte. Ich muss mich erstmal wieder hochhealen. Ja, eigentlich ist es auch dumm. Also ohne Giftwiderstand sollte man hier definitiv nicht rumlaufen. Wir warten jetzt erstmal kurz. Ah, es war so klar. Irgendwie macht er aber nix. Prinzipiell erstmal eine gute Sache. Komm schon. Hiel dich hoch. Das dauert mir zu lange. Ich sag jetzt so mit 55 Leben, wir kriegen einen Pfeil ab von so einem Droger, dann haben wir halt einfach schon direkt ein Problem. Hier dahinter wartet auf jeden Fall was. Ich glaube hier drüben ist erstmal Ruhe. Ich guck lieber nochmal. Okay, hier ist nix weiter. Perfekt. So, dann lasst uns hier mal noch schnell drei, vier Eisen holen. Sollte ja nicht lange dauern. Weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, aber als ich außerhalb des Videos gespielt habe, also irgendwie dadurch, dass wir im Gebirge waren, haben wir die Drachen ganz schön verärgert. Der Drache kam tatsächlich bis zu unserer Base geflogen. Also ich stand da in unserer Base rum ganz easy und auf einmal war ich eingefroren. Und denke mir so, was ist denn jetzt los? Guck nach oben, da war der Drache über unserer Base und ist da ausgetickt. Da hatte ich echt ein bisschen Respekt vor. Weil die machen halt schon gut Schaden, wenn man so gar nicht drauf vorbereitet ist, sondern gerade an seiner Werkbank steht und irgendwas repariert. Und auf einmal kommen da, ich weiß nicht, 50, 60 Schaden rein und man ist eingefroren. Dann kommt man schon ganz leicht ins Schwitzen. Was ist denn hier los? Gar nicht ergiebig heute. Gib doch mal ein bisschen bitte. Ich will noch nicht unbedingt durchbrechen. Ich weiß, ob dahinter was auf uns wartet. Sieht nämlich, naja, es sieht noch nicht so aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre da was. Ah, ich bin durchgebrochen. Jetzt müssen wir doch nochmal gucken. Und nochmal schnell das rein. Kriegen wir auch noch ein bisschen Leben dazu. Ist hier was? Nö. Na, hier ist irgendwie echt nicht viel Eisenschrott dabei. Finde ich irgendwie nicht so geil. Jetzt haben wir wieder eins. Ah, das treffen wir nicht mehr so richtig. Nicht wirklich, ne. Wie viele haben wir denn? Zwei Stück. Müsste glaube ich schon reichen, weil eins hatten wir noch in der Kiste, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann hauen wir das auch noch schnell kaputt. Aber an sich müsste das Diamant ja eigentlich der Rohstoff sein vom Gebirge. Also damit müssen wir da auch irgendwas anfangen können. Ich fand es halt komisch. Ich habe wirklich gegoogelt und habe rein gar nichts dazu gefunden. Dann hatte ich noch die gefrorene Trüse und das andere, was wir gefunden haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Hatte ich auch noch gegoogelt und da stand überall keine Verwendung aktuell. Kommt vielleicht mal mit einem Update. Dann dachte ich mir, super. Jetzt wolltest du richtig schlau sein und euch irgendwas cooles erzählen in der nächsten Folge. Und alle drei Sachen sind einfach nicht erklärt worden. So, da haben wir noch mal zwei Eisenschrott. Hier will ich jetzt nicht unbedingt durchbrechen. Was wir aber machen können, wir machen hier noch mal, wir machen vielleicht einen Punkt. Krypte nicht fertig. Perfekt. Dann wissen wir, das Tor ist zwar auf, aber wir können hier noch was holen. Das hätte ich von Anfang an mal machen sollen. So, jetzt höre ich schon wieder direkt irgendwelche Sachen im Wasser. Oh Gott, hier kommen bestimmt tausend Schlundis hinterher. Ganz schnell weg hier. An sich bräuchten wir halt noch mal so einen Zorngeist für die Kette. Dann könnten wir unsere Schmiede sogar noch mal verbessern. Und ich glaube, eine Verbesserung haben wir generell noch. Die hat bloß, glaube ich, 20 Eisen gekostet. Aber solange wir das jetzt erstmal alles auf der 3 haben und eine Eisenspitzhacke, bin ich eigentlich schon mal happy. Ach, geh weg. Da kommt schon wieder irgendwas, Schleimding. Der Sumpf, der bei uns... Oh, ach du Scheiße. Der bei unserer Basis ist, hat mir irgendwie mehr gefallen, muss ich ehrlich sagen. Er war zwar auch nicht unbedingt schön, aber hier ist... Weiß auch nicht, das riecht hier einfach schon nach Tod. Schnell zurück. Ja, ich finde es gut, dass die Portale in Ruhe gelassen werden. Hoffentlich bleibt so. Ich wüsste zumindest nicht, was die Gegner daran hindern sollte, da ordentlich reinzuhämmern. So, dann haben wir hier noch mal 4 Stück rein. Dann können die noch brutzeln. Wir haben das restliche Eisen. Wir machen schnell das Inventar leer, dann legen wir uns mal eine Runde schlafen. Dann können wir die Verbesserung machen. Wie sieht es denn aus? Ah, wir müssen gleich erstmal ein Folgenende machen. Dann werden wir das leider erst in der nächsten Folge sehen. Aber dafür sind wir jetzt optimal vorbereitet. Und dann fühle ich mich auch etwas sicherer. Was die ganzen Tiere im Gebirge angeht. So, wo haben wir denn diesen komischen Schlamm mit hin? Hier. Dann haben wir das alles. Wir gehen jetzt mal pennen in der Zeit. Ist dann auch das Eisen fertig. Und wir machen an der Stelle erstmal ein Folgenende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht es dann weiter. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.